Dianna, wie in der Klinik, und sie hat einmal Angst, wann sie sich durchlebt. In einer Woche sagte sie, der Mama blieb hier bei mir. Nicht Lächeln zu wünschen, nicht hier war ich gewohnt, weil ich angeschlossen bin. Jeder Abend wird das seltsam. Sie hat Angst, und sie wollte mich in der Rühe geben, weil die Mama nicht wie er wäre. Mama, was du blieb? Dann wird sie angeschlossen. Dianna ist an ihr Bad. Mama sagt, du besied. Mama will auch rückgucken, wenn sie wo sie ist. Aber Dianna sagt, blieb hier bei mir, keine Angst, pass hier ab. Dann wird sie angeschlossen sein. Dann kommt Dianna zum Fenster rück. Dann setzt sie den Mond. Schmuck, Rönt, Graut, Säuerdach. Dann fragt sie die Mama, ist dort Götzinn lech? Ja, sagt die Mama, dort Götzinn lech. Wollt Götzinn lech und ich zwitschen danach? fragt Dianna. Nee, sagt die Mama. Gott zwitscht ihn lech nicht hier danach. Ich schlafe nicht. Dann sagt Dianna, Wollt Götzinn lech nicht lech zwitscht? Wenn da nicht Schlupen geht, dann kostet die Schlupen gut. Dann seid ihr okay. Dann seid ihr gelogen. Dann wird Götzinn lech nicht aufpassen. Dann seid ihr nie. Dann habt ihr mich lech nicht geswitscht. Psalm 129, Verschfeier sagt, Dau, wer nur Israel abhossen wird. Gott, uns fuhr im Himmel, der schlappt nicht, und er wird nicht nur schleibrig. Die Menschen haben viermal gesagt, wo wir schleibrig waren. Und es war schwer abzuleben. Es war schwer klar zu bleiben, und alles, was passiert. Aber das sagt nur, Gott schlappt nicht, und er wird nicht nur schleibrig. Er weiß, jeder denkt, was da passiert in unserem Leben. Er weiß, jeder denkt, was in deinem Leben passiert. Er weiß, jeder denkt, was in meinem Leben passiert. Er zittert. Und die Dinge sind nicht immer so, wie wir auch. Die Dinge sind nicht immer so, wie das Mensch. Und wenn sie mal passieren, Dinge, die uns schlecht sind. Was wir schlecht sind. Was wir glauben, was schlecht sind. Und bei einem denkt, habe ich sicher sein. Gott schlappt nicht. Er ist nicht schleibrig. Und er hat ganz klar begerät, was die passiert ist, und was mir passiert ist. Er weiß ganz klar, was in deinem Leben passiert ist. Jeder denkt. Und in deinem Leben kann ich sicher sein. Dort den Tag, wann Gott wird dort bürgen, dann wird er rechnen. Dann wird er drei tun. Dann wird er die Dinge gestalten, was er fehlt. Er wird die Rechnung für. Und die Dinge werden in den drei gestalten. Wenn du das nicht verstehen kannst. Gott passt ab. Er zittert. Und er mag, was in deinem Leben passiert. Er mag, was in der Welt passiert. Er zittert. Er ist nicht schleibrig. Wenn wir gerügt sind. Wodemme da passiert in dieser Welt. Wodemme da ist, was wir leben, was erreich und was schlug ist. Wer wird Gott vertriert. Er zittert. Er mag, er schläft nicht. Er ist ganz klar wie die Sache. Und er wird jeder, was da passiert. Wenn er da kommt, wo er dort denkt, wo der Pastor ist. Und da sind viele Brüder, und die Kinder entschwingen. Da sind viele Brüder, die Dinge, die erreich sind. So, wenn ihr denkt. Gott werkt. Er ist nur und er ist nicht. Er wird nicht sehen. Gott ist er. Du bistInare. Wien arbeite. Untertitelung.